Mein Name und Herzlich Willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen der Skynos am Stadtgenoss wieder in der Runde Let's Auflösen Gewinnspiel. Dieses Gewinnspiel ist schon seit einiger Zeit am Laufen, weil Sarah Nito es beim ersten Mal keiner mitgemacht hat und beim zweiten Mal ich dann halt etwas längerfristig machen wollte. Deswegen habe ich drei Videos dazu gemacht und es haben auch einige dazu jetzt geantwortet, genau zu sein sechs Leute und es reicht mir auch vollkommen aus. Jetzt wo ich die 200 Abonnenten geknickt habe, möchte ich es gerne mit euch auflösen zusammen. Und zwar gibt es für den dritten Platz Starcraft 2, für den zweiten Platz gibt es World of Warcraft und für den ersten Platz, ersten Bereich gibt es Dark, äh, Salz Diagnos 3 Stichkeit. Ähm, den ersten Platz, sehr schön und ich habe meine bezaubernde Assistentin diesmal dabei und seine Exius. Und dann lösen wir jetzt für den dritten Platz auf. Und gewonnen hat es... Silber Mike 1996, 1996, Silber Mike, herzlichen Glückwunsch, du bekommst die Ablo der Starcraft 2 nach Hause geschenkt. Ähm, schreibt mir bitte auf die E-Mail zurück, innerhalb von einer Woche bis zum 28.02.2016, bitte zurückschreiben. Ansonsten werde ich es weiter verlosen, weil ich nämlich nicht Lust habe, drei Monate auf eine Nachricht zurückzuwarten, genauso wie wenig ihr Lust dazu hattet, zu lange auf die Auflösung zu warten. Ähm, also, wie gesagt, Silber Mike 1996, du bekommst Starcraft 2 zugesendet. Sehr schön, und jetzt geht es um World of Warcraft. Warcraft! Ach, schau, das tut nicht! Huuuuh! Und, die haben wir hier... Marcel, stark! Sehr schön, Marcel, stark! Du bekommst von mir World of Warcraft zugesendet. Und, ähm, genau das gleiche, ähm, bei dir. Bitte in den nächsten Tagen anschreiben, innerhalb von einer Woche anschreiben, und mir deine Adresse zusenden, damit ich dir das Ding zuschicken kann, und du dich demnächst daran erfreuen kannst. Viel Dank dafür. Und jetzt... Die beiden muss ich leider rausnehmen, weil die keine 16 sind. Da spiel es mir jetzt ab 16, und dementsprechend darf ich es nicht rausgeben. Entschuldigt dafür, aber es geht mal ehrlich. Okay, und jetzt kommt's. Diablo 3. Es sind noch, wie viele Leute? Zwei Leute sind noch drinnen. Darfst du nicht reingucken? Chico! Pssst! Oh, jetzt geht weiter! Die Katze ist weg! Okay, jetzt kommen wir zum spannenden Haupt- und Höhepunkt. Oh, das ist interessant! Okay. Und der Platz. Erster Platz. Und der einzig wahre Platz. Und der eine Platz, der ganz oben steht. Da, wo kein anderer steht. Denn du bist dann die Nummer 1. Das Beste. Das einzig wahre. Das Nun plus Ultra. Und wir schalten erstmal in die Werbung. Nein, ähm... Und der dritte Platz. Erster Platz. Diablo 3. Geht an. Simon Hashimoto! Herzlichen Glückwunsch! Für den ersten Platz. Wuhuuu! Diablo 3. Damit danke ich mich. Ja, das gibt es halt. Den mir zugesendet auch für dich. Bitte, ähm, auf die Mail, äh, auf die Nachricht antworten. Auf Facebook antworten. Und dann bekommst du innerhalb von, äh, ja, bekommst du halt, äh, das Ding zugesendet. Dann bedanke ich mich wirklich fürs Mitmachen. Für die 200 Abonnenten. Das ist wirklich mega geil. Ähm, seit mehr als drei Jahren mache ich das Ganze und habe jetzt 200 Abonnenten. Ähm, ich freue mich über wirklich jeden einzelnen. Ähm, und, ähm, ja. Ist sozusagen jetzt so ein kleines 200-Abo-Special gewesen. Und, ähm, es kommt noch ein bisschen mehr. Dann bedanke ich mich derweil wirklich, äh, wie gesagt, für das Zusehen. Wie immer schrull, leistet es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschau sen! Ja, ich r KIRBY. Simone soup